Uh, da sind wir wieder und wir gehen weiter. Weiter, weiter ins Verderben, wir müssen leben, bis wir sterben. Fick dich doch. Genial im Vekum. Mann, ich weiß nicht mehr, wo das war. Oder kam das jetzt in dem Gebäude, was da kommt? Wenn da ein Gebäude kommt. Da ist ein Gebäude. Und da kann man auch hoch. Ich glaube, hier war das. Hallo. Mit dir führst nach einem Kampf EP. Die EP werden nach dem Kampf unter den Pokémon aufgeteilt. Lege den EP-Teiler via PC ab, wenn du ihn nicht benutzen möchtest. Hä? Also wenn ich mir den rumtrage, dann kriegen alle EP oder was? Ich verstehe das nicht. Ich gucke mal gerade hier nach den Items. Hähnlichkeiten attacken. Itemliste. Briefe, dekorative Items. EP-Teiler. Träger erhält die Hälfte der gewonnenen EP. Dann gebe ich das mal. Ne, ich speichere erst ab. Oh, wir haben genau 28 Stunden schon verballert hier. Ähm, ich kippe das mal dem Dave. Äh, Zeile. Wann denn sonst? Oder ist das dann nur einmal irgendwie? Und dann... Das wäre natürlich doof. Äh, ja gut. Aber ich denke mal, da muss man das irgendwie im Kampf dann benutzen. Ach, das ist voll behindert. Na. Ähm. Pokémon. The Last. Fliegen. Und zwar... Da hin. Tsk, tsk, tsk. So, wir gehen mal hier in das Häuschen rein. Und hoffen mal, dass der Typ fertig ist. In Gold hätten wir einen Anruf bekommen wahrscheinlich. Was ist mit dir? Ich suche nach Kangama. Tauschst du Essen? Nö. Oh je. Wow, äh, wo warst du? Wir haben dein Fossil wiederbelebt. Ein Ammonitas. Ganz wie ich es vermutet habe. Möchtest du, haben wir dieses... Nö. Mö, man, haben wir dieses Wolle, damit wir uns für sie im Pokémochen transferiert. So. Pokélix. Äh. Oh, das sieht doch schon sehr gefüllt hier aus, ne? Oh, jetzt wird's etwas übersichtlicher. Können wir nicht sagen, was das für eine Nummer ist? Oder bin ich jetzt schon vorbei? Ammonita ist damals doch. Ach, wie süß. Ammonitas, Spirale, Größe 40 cm, Gewicht 7,5 kg. Dieses Urzeit-Pokémon wurde aus einem Fossil wiederbelebt. Es bewegt sich mit seinen Tentakeln. Okay. Hallo. Ich leite hier die Forschungen. Wir erforschen Fossilien von Urzeit-Pokémon. Hast du... Ja, hier. Oh, das ist ein Altbärenstein. Nein, es ist ein Fossil von Aerodactyl. Einem schon lange ausgestorbenen Pokémon. Dank Modeller-Technik können wir Pokémon aus Fossilien wiederbeleben. Ja. Gib es schnell her, damit ich fortfahren kann. Jule über... Übergibt... Bla, es wird einige Zeit dauern. Komm, einfach später wieder. Vorbei. Sehr schön. Ein Aerodactyl. Das ist so leicht lila. Glaube ich. Sieht aus wie ein Flugdino. Macht Sinn. Äh, was ist hier? Arena? Die Tür ist verschlossen. Warum? Forscher experimentieren in dem ausgebrannten Gebäude. Pyro, der Arena-Leiter der Sinua-Insel, ist ein seltsamer Mann. Er lebt hier seit Jahren. Ja, schön, aber wo? Oder ich schwimme einfach mal hier lang. Jetzt sind wir nämlich auch noch nicht lang geschwommen. Trist du... Nee, Alex. Ja. Ich mag das nicht, wenn das so große Flächen sind. Düdlübleb. Level 10. Ihr, mach... Mach's kaputt. ... Das ist jetzt nur, weil ich den mit mir rumtrage. Boah, ist das ätzend. Da bekämpfe ich das jetzt aber nicht. Ah, wir sind wieder Trainers. Also Trainer, ja, aber hier so Level 20 Viecher. Dafür ist das dann zu viel Aufwand, das am Ende wegzuklicken. Hallo! Ah, genieße die Sonne und den Wind. Das ist eigentlich eine ganz coole Idee mit dem komischen Tyler. Ähm, weil dann halt wirklich alle irgendwie was abkriegen davon. Kuchen. Kuchen ist gut. Ich will auch ein Quapuzzi. Es ist so putzig. Ich glaub, den Spruch hab ich schon mal gebracht. Und dann kommt das jetzt nach jedem bekämpften Pokémon. Ah, sag ich, Level 40. Wunderbar. Kann man das nicht abstellen, irgendwie? Nö. Ähm. Komm, mach einfach. Können wir ja sagen, ob euch das stört. Also wenn ich jetzt privat zocken würde, fände ich es okay. Oh, Simon. Ich liebe Simon. Simon ist so toll. Ich weiß nicht, wie ich an diesen komischen Typen komme. An den Arena-Leiter. Oh, ja. Ups, ich hab verloren. So. Ich nehme an, einen Triathlon-Teil. Ein Stern, du! Das ist eigentlich mit Fliegen. Kann man das machen? Ja, kack Sternschauer, ne? Nice. Schillok. Äh, Schillok. Schillok. Ist das die letzte Entwicklung von... Shiggy oder die zweite? Ich finde, die letzte, die hat sich irgendwie anders angehört. Ich glaube, das hat sich viel männlicher angehört. Ich glaube, das ist die zweite. Ja. Wie ist denn die letzte? Schillok. Hm. Oder irgendwas mit Thor. 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 Es ist halt eine Schildkröte und es hat so Rohre, zwei Stück Kuckende aus dem Panzer raus. Mann, mir fällt der Kackname nicht ein. Ey, ich guck, ich google das jetzt. Das muss ich wissen, sonst komme ich auf mein Leben nicht klar. Äh, schnock. Thor Talk, genau. Thor Talk, das war's. So. Danke an visafans.de. Was ist das denn? Mega-Thor Talk gibt's auch noch. Das ist für mich schon wieder zu über. Hallo. Ich habe alle meine Pokémon auf dem See gefangen. Zwei Raw Up. Eins. Alle meine Pokémon. Eins. Oh, ein Starmie. Kein Sternschauer. Dankeschön. Oh. Na. Herdner. Genau. Sehr schön. Auweia. Ich bin untergegangen. Blubb, blub, 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 blub. Schlimm, wenn man immer alles haben will, ne? Ach, guten Tag. Was ist denn mit euch? Hey, du verjagst die Fische. Bist doch gar nicht am Angeln. Zwei Stück. Ein Mufas. Ich glaube, Lars ist tot. Nee, noch nicht. Jetzt ist Lars tot. Dann nehmen wir halt n Christoph. Christoph! Aber ich glaube, das ist nicht so gut, weil... ...wegen Wasser- und Feuer-Pokémon. Ich glaube, Wasser ist effektiver als Feuer. ...wegen Wasser- und Feuer. Yay! Christoph! Ich hab euch Level 43. Ja, ja. Ja, ja. Austoss. Das ist toll. Ich mag das. Schnapper! Ich sollte mir vielleicht auch mal mein OBS hier wieder anmachen, damit ich weiß... Ach, siehste, ich bin nämlich schon rüber. Ach, das war klar. Da muss ich gleich weiter. Dankeschön. Halt! Ja, gut. Alex! Mach es fertig! Los, Alex! Heißt das, der kriegt also die 607 plus dann nochmal die 105 oder was? Oder sagt das nur die 607 und dann wird das einfach nur geteilt? Entschuldigung, ich wollte nicht so barsch sein. Barsch! Wortwitz. Ja, aber weiter geht's dann beim nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. unky